hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von faktorio hier im studio mein name ist master schröder und ja wir wollen hier die produktion für das saline water sozusagen dann fertig stellen beziehungsweise nicht saline water also erstmal hier die braunen links machen die water saline machen wir hier unten verteilen wir auch hier unten drüber kriegen wir hin so das soll machen diese algen so das hat natürlich auch keiner überall eingestellt das ist natürlich ein problem hier zu haben so wir machen auch acht mal den ganzen krempel hier hoch das ist nicht mehr das schlimm so eine fabrik drüber brauchen wir wo ist wo ist wo ist wo ist so eine fabrik drüber die dann quasi das zeug verarbeitet und dann brauchen wir die thermalpumpe mk2 genau habe ich davon noch welche hier irgendwo ich glaube nicht oder ich glaube die habe ich auch hier habe ich auch das fährt wo die wieder sind da ich mich nicht in dauer auf der produktion nee keine gucken wir mal kann ich mir die selber jetzt schnell herstellen hier brauche ich blaue chips das ist auch weniger ein problem damit kann ich mich versorgen lassen wo sind die denn jetzt wieder hin die bauern chips blöd machen wir mal 200 so dann kann ich mir die dinger selber bauen hier schnell gut in die thermalpumpe und so das macht dann hier das müssen die öfen sein so ein unfug das müssen ja so eine öfen sein hier so wenn die thermalpumpe kommt ja mal worte und dann muss ich das hier oben hin verteilen irgendwie ich denke mal da kann ich jemanden mitte sozusagen leitung hochlegen einmal hier immer daran das sollte sich ausgehen dann vom platz her noch dann habe ich hier einmal platz für so ein produkt was von oben kommt was ich bearbeiten kann und hier noch mal ein bisschen platz müsste sich ja nicht ausgehen dann so hier die beiden produkte kann ich hier noch raus bringen die ich hier noch haben werde ich habe ja noch eisenerz und das lasse ich mir mal anliefern das können wir ja schon mal anliefern lassen ich hätte gerne kupererz und eisenerz gerne 50.000 so und die sollten dann hier ankommen und dann eines hier eingelagert und eines da eingelagert werden das brauchen wir nachher für oben so habe ich selber ich selber auch schon wieder zehn stück davon gekriegt dann kann ich das jetzt hier mal schnell fertig bauen dann können meine bau drohen sich vielleicht eventuell um andere sachen kümmern erst mal so ok habe ich blaue chips schon gekriegt auf dem weg 200 nein habe ich nicht gekriegt gut dann müssen wir jetzt nicht hier und das ist knapp aber passt noch die verteilung vom salzwasser machen so so und so wieviel von diesen somit nation plans bräuchte rein hier wird ich streich könnte auch hier machen ich könnte ja einfach auch mit 20 unterstellen und das sind diese schnur einfach wollen das lang gehen es ist gar nicht mehr so klein ich kann es hier oben mit rein stellen das ist auch nicht schlecht so der thermal worte bräuchte der braucht wo ist er denn hier der braucht auch dampf das heißt dann müssen wir können wir die dampf produktion hier daneben machen und den thermal wort euch ja drüber und dann machen wir hier den teich doch habe ich dann kann ich ja mal gucken hier kann ich jetzt davon machen das geht mir aus die tarnblech kann ich mir liefern lassen und die logistik so okay dann brauche ich das hier unten nicht verteilen wenn der platz und auch sinnvoll genutzt werden könnte aber wenn es hier umgeht warum nicht so dann machen wir hier noch ein förderband hoch hier auch das bisschen daran dann machen wir so wir wollen hier wieder zwei einer kurz einer lang auch wenn ihr der transport nicht allzu viel ist aber zur sicherheit kann man das natürlich mal einführen kurz einer lang einer lang einer kurz wer lang hat kann lang hängen lassen so das habt ihr jetzt nicht gehört so dann brauchen wir hier noch ein bisschen eigentlich hätte ich doch das hier einfach so kopieren können das wäre doch ganz einfach gewesen dann haben wir das schon mal ach so dann können wir da die beiden da zum reinigen können eigentlich hier auch machen wir zwei stück das muss ja gehen so und ehrlich dann raus jetzt gucken wir mal wie groß sind denn diese thermal dinge die waren gar nicht mal so klein dampfanschluss unten kann ich die parallel nebeneinander hier hinstellen das ist von der breite hier müsste sich ausgehen wie viel dampferzeuger brauche ich theoretisch sieben ja dann brauche ich hier pro block ein die 222 dampferzeuger momenten boiler 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 habe ich auch nicht mehr okay doch habe ich dann zehn stück so ähm 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 irgendwie auch uncool ne momenten kriegen wir hin das liegen erst mal dahin und da ist dann 1 und kamerad das macht so dann bauen wir noch mal die boiler auf boiler 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 wasser natürlich jetzt dann da drüben ansetzen ist natürlich auch blöd so wenn wir das macht hier einmal drehen ähm jene mini miste es rappelt in der wiste wir können ja auch hier einfach so was noch da so gehen ist da keine zweimal hin die dann rauslegen wenn ich jetzt links und rechts hin wenn jetzt jeder für sich den dampf macht ist okay soweit so da kommt der dampf anschluss jetzt steht hier irgendwie schiefer naja der steht eigentlich ein weiter da drüben theoretisch und mannene endet auch auf der kante denn durch der könnte doch der könnte das passt eigentlich alles worum geht das sind sie nicht so gut auf aber den dampf darüber transportieren muss ich gerade kann ja 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 ich bin ich sehe schon ich sehe schon das kann man ja auch nur um hinstellen hier jetzt stört ja kein wenn der dampf hier ums eck geht der geht da dran sondern um jetzt ein teilchen fürs wasser wie viel wasser brauchen diese ganze geschichte hier wir brauchen noch mal ein bisschen dampf und brauchen 420 liter für den dampf alleine und die salination plans brauchen zusammen tausend reichen eigentlich zwei was auf quellen aus links und rechts oder pumpen also von oben durch wenn man zwei höher gehen wird es auch gehen naja ok dann gehen wir zwei höher mit den dingern hier wird sich das auch ausgehen und dann kann man den wasser da zwischen einfach machen wo sind sie denn jetzt hier wenn mit denen einfach zwei höher mit dem den einen höher sieht so komisch krumm und schief aus wenn man das aufstellt hier so dann kannst du nämlich hier einfach hochkommen und das hier so gut gelöst dann hast du hier gerade nach da und gerade nach da und dann kann ich hier glaube ich den teich einsetzen das hätte jetzt auch schöner sein können am ende des tages aber okay so warte dann machen wir das schön hier so halbwegs schön zu müssen wir tun so als auch so okay du machst dann das wirklich so dann kannst du auch oben raus transportieren das ist gar nicht mal so wird mir jetzt dahin daran 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 und er geht da dran und jetzt ist hier der teich im weg das ist aber auch wieder ne ist aber auch wieder immer irgendwas ist ja immer hier geht der teich nicht hier geht der teich noch hin dann geht der teich halt da hin ist doch kein problem so man muss ja nur wissen wie irgendwo ein bisschen beton hier die lache wieder stopfen so dann machen wir den teich da hin Puppi dann kann Puppi auch unterirdisch bis dahin gehen so und da einspeisen so okay das sieht doch schon mal fast danach aus als wenn es so gewollt ist aber halt nur fast so du legst da hin du legst ne du legst da hin so und da oben bauen wir die beiden so rum dran du nimmst von da du nimmst von da das sieht ganz gut aus so dann müssen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen mit Elektrizität versehen Electricity hier und da wäre quasi hier und da sehen wir ganz gut aus müssen wir dann auf außen gehen so und du machst das und dann sollte es theoretisch wenn es möglich wäre Thermalwater geben hier oben dann gut hat sich aber doch ist doch ziemlich weit nach oben gekommen naja gut müssen wir gucken dass wir das einigermaßen gut hinkriegen so gut also brauchen wir den ganzen Zinnoma hier nochmal und dann sind wir wieder hier so 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 muss man bloß die Teiche setzen und die Pumpen bauen und dann ist alles cool Teich setzen ne so ein halber Teiche wohnen so ein paar Dinger müssen wir wieder noch herstellen warte mal den können wir mal herstellen äh wo waren die denn jetzt äh da mh vier Stück nochmal danke so mh da so und hier nochmal so gut wenn die vier Stück da fertig sind dann sollte das hier ach so die Öfen haben sie glaube ich nicht im Dings ne nicht im Angebot hier die muss ich auch setzen da ist irgendwas das doch auch faul noch also mal gucken dass wir das besser hinkriegen so und dann haben wir hier genau hier ist die Produktion von dem Zeug zack und der macht einmal Water liegt schon an hier oben und dann können wir das nämlich auch da hinliefern hier oben wie viele Liter sind das die da gebraucht werden 420 das passt also ganz gut eigentlich durch ein Rohr durch das muss quasi hier dann angeliefert werden warte mal dann nehmen wir die 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 Rohre hier müsste reichen bis da runter oder das reicht bis da runter dann machen wir hier einen Sammeltank okay ich nehme die Miste es rappelt in der Sammeltankkiste da aber hier einen Sammeltank davor dann gibt es hier eine Pumpe so so bis da dran geht und dann mal prob ich das einmal hier rüber so so ein Produkt ist hier noch nicht drin ne also das hat hier noch nicht produziert hier schon ein bisschen ein Produkt aber okay so das heißt ähm Thermalwater wird denn hier oben verbunden miteinander da wird mir wieder flüssig geliefert so 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 bisschen Strom hier oben mit in die Spannung bringen oder in die Produktion bringen so das fängt hier an zu arbeiten das fängt an zu arbeiten und hier oben müssen wir die Thermalwater noch setzen so und dann fehlen hier nur noch die Stromlasten die hier seitlich sind damit hier alles arbeitet sehr gut hm wird der sein zu tief jetzt alles klar okay ja nö ist gut aber klar bisschen sowas so jetzt also Thermalwaterproduktion läuft auch so dann könnt ihr jetzt schon das erste Mal auch ein bisschen Endprodukt darstellen da entsteht schon Endprodukt sehr gut so es wird auch nach oben durchgeschoben äh ich müsste hier wahrscheinlich noch ein Rückschlagventil einbauen wäre glaube ich ganz sinnvoll damit das in den Tanks bleibt und nicht hier in die Produktion reingedrückt wird das macht überhaupt keinen Sinn so dann brauche ich nochmal Rückschlagventile produzieren wir mal ein paar wo ist es so das macht ja nur Sinn wenn hier Rückschlagventile drin sind so hier steht ja keiner mehr in der Tasche oder in der Hand so hier ist Thermalwater wieso geht das Thermalwater nicht weiter aber wahrscheinlich weil der das hier alles darüber schafft naja gut okay dann schafft er das erstmal darüber das läuft ja mit der Zeit voll also das ist ein bisschen Oberkill glaube ich hier von allem dann müssen wir nachher mal durch die Fabrik gucken was wir alles wo und wie falsch gebaut haben damit es dann am Ende auch gut funktioniert so gut aber hier mal doch wirklich schon 19k Base Middle Oil hergestellt das ist schon jede Menge hätte ich gesagt hätte ich gar nicht erwartet dass schon so viel da ist gut das sieht doch schon mal schickig aus da würde ich sagen mal auch an der Stelle erstmal aufhören ich werde jetzt gleich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft der Frauen gucken gegen Vietnam das kommt nämlich gleich hier wird gleich sich angeliefert noch sehr schön Eisenerz ist schon in der Massen da ja Eisenerz ist schon da 47.000 haben wir hier 41.000 haben wir hier da liegen also noch ein paar tausend nicht in irgendeiner Kiste vielleicht drin man weiß es nicht ähm oder warum 47.000 achso nee mir kann ich ja nicht anliefern 48.000 oder so ist mein Einzug ja ist ja okay soweit ähm die Züge müssen wir noch ein bisschen verbessern da müssen wir noch dran hier das geht auch schon ganz gut Carbonioxid ist voll Ufure Grace Water ist noch nicht voll also da kann immer noch ein bisschen mehr kommen aber hier da stehen schon die ganzen Fasern hier an ähnliches damit die hier weiter verarbeitet werden ich denke mal das wird jetzt eher da dran liegen dass hier der Ausgang voll da steht und wir das noch nicht weiter versorgt und entsorgt haben das machen wir aber noch so wir sehen uns beim nächsten Mal bis denn tschüss 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 tschüss